Am 26. September ist die Wahl zum Bundestag. Ist das weltweit wichtig? Ich denke ja. Deutschland muss ein fairer Partner in der Welt werden, zum Beispiel in der Handelspolitik oder in der Klimapolitik. Fair bedeutet auch, dass ein wirtschaftlich starkes Land wie Deutschland andere Länder unterstützt, durch humanitäre Hilfe oder auch Entwicklungszusammenarbeit. Menschen sind durch die Folgen der Pandemie in Armut gestürzt und in Hunger. Hier ergeben sich wichtige und große Aufgaben für die neue Regierung. Ein Leben in Frieden und in Würde für alle Menschen muss möglich gemacht werden. Das ist mir weltweit wichtig. Und dir?